Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 502. Und heute musste ich mir meine Schneekugel zur Hilfe nehmen. Ich habe nämlich keine Kristallkugel gefunden. Aber wir haben eine Nachricht, bei der ich echt vorhin dachte, ja gut, das ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass wir das schon vor ein paar Tagen besprochen haben. Beziehungsweise da wurde es ja als Verschwörungstheorie abgetan. Mittlerweile ist es aber offensichtlich traurige Realität, beziehungsweise ganz öffentlich vermeldet worden. Deshalb heute mal mit Schneekugel. Ihr wisst, ich habe eigentlich ganz gerne recht. Allerdings gibt es Themen, da wäre es mir lieber, wenn ich mich irren würde. Allerdings hat heute nicht ganz so gut funktioniert. Denn wir hatten uns gestern darüber unterhalten, dass ja die Bundesregierung der Wirtschaft helfen will, indem sie Kredite vergibt. Und da meinte ich ja schon, naja gut, das klingt auf den ersten Blick jetzt vielleicht ganz großzügig. Von wegen, ja die Regierung, die tut ja was und rettet die kleinen Unternehmen. Auf den zweiten Blick heißt es aber nur, dass die Regierung die Unternehmen in eine Schuldenfalle treibt und sie im Zweifel, wenn da Bock drauf bestehen sollte, ziemlich leicht übernehmen könnte. Also zwecks schleichende Enteignung oder wie nennt man das? Was ist denn der richtige Begriff für? Verdeckte Enteignung oder so. Allerdings gehen sie noch einen Schritt weiter. Der Artikel ist tatsächlich schon von gestern, mittlerweile fast vorgestern Abend. Ja, vorgestern Abend, wir haben ja schon nach Mitternacht. Denn Herr Altmaier hat sich geäußert und hat ganz frei heraus gesagt, dass er es sich ja auch vorstellen könnte, so als Maßnahme, man will es ja nicht ausschließen, gewisse Unternehmen, zumindest temporär, vorübergehend, Janier, zu verstaatlichen, um die Corona-Krise zu überstehen. Das soll beispielsweise hochsensible Bereiche betreffen. Was genau ein hochsensibler Bereich ist, der nun unbedingt verstaatlicht werden muss, um die Krise zu überstehen, das hat er nicht genauer definiert. Aber ihr merkt schon, das kann alles oder gar nichts sein. Also man stellt sich hin, formuliert das so wischi-waschi-schwammig wie irgendwie möglich, wartet darauf, bis die Leute das, naja, geschluckt haben, beziehungsweise selbst in Anführungszeichen einfordern, weil der Staat, der muss sie ja retten. Und dann kann man zugreifen, dann schnappt man sich halt die Unternehmen, die man gern hätte und wahrscheinlich werden nur ganz, ganz wenige Leute protestieren, weil sie hier auf die Masche von wegen, wir retten euch und alleine schafft ihr es nicht reinfallen. Wie gesagt, vor zwei Wochen hätte das wahrscheinlich keiner für möglich gehalten, außer ein paar Spinner aus der links-rot-grünen Ecke, links-rot-grünen, aus der rot-rot-grünen Ecke, da hat ja noch keiner angefangen, von wegen, wir müssen Unternehmen verstaatlichen, das war ja eigentlich nur Kevin, das waren ja nur Kevin und Konsorten. Mittlerweile haut das der Altmaier persönlich raus und das scheint gar nicht mal so fernliegend zu sein. Also für die, die immer die ganze Zeit geblubbert haben von wegen Aluhut, ihr seht's, es ist kein Aluhut, es ist bittere Realität, ich glaube, das dauert noch ein bis zwei Wochen, dann wird das vielleicht sogar die ersten Unternehmen treffen. Da kann man nur sagen, er rette sich, wer kann, klettert auf die Bäume, solange sie nicht gefällt werden, jetzt überspitzt gesagt, aber das zeigt mir ganz deutlich, in welche Richtung das Ganze geht. Immer so hinter vorgehaltener Hand zu tuscheln von wegen, ah, und wir könnten ja und so und mimimi, wenn's öffentlich wird, schreien Verschwörungstheorie, weil damit diffamiert sich ja immer alles ganz wunderbar, da kommen dann irgendwelche Echsen, Menschen, Idiotien um die Ecke gelaufen, weil damit kann man ja die Leute lächerlich machen, die sie öffentlich ansprechen und tatsächlich freut man sich darüber, beziehungsweise wartet eigentlich nur drauf, bis die Gelegenheit meiner Meinung nach ganz günstig ist, um sich dann vielleicht doch das ein oder andere lukrative Unternehmen so günstig wie möglich unter den Nagel zu reißen, vielleicht sogar kostenlos unter den Nagel zu reißen und über das vorübergehend, naja, da kann man ja dann später nochmal zu gegebener Zeit reden, denn im Zweifel, vorübergehend, das kann ja übermorgen sein, das kann übernächstes Jahr sein, das kann sein, wenn das Unternehmen mal rote Zahlen schreibt, wenn man es dann abstoßen will, das weiß keiner so richtig. Also als ich gestern meinte, momentan ist es eine sehr günstige Situation, um den Sozialismus einzuführen, beziehungsweise nicht schleichend einzuführen, sondern so einzuführen, dass die Gesellschaft sogar danach bettelt, dann war das offensichtlich keine Übertreibung. Aber es gibt noch weitaus mehr neue Entwicklungen, es geht nicht nur darum, dass unsere Wirtschaft nun tatsächlich, zumindest sehr realistisch, vor irgendwelchen Regierungs-, staatlichen Übernahmen, nicht Regierungsübernahmen, vor irgendwelchen staatlichen Übernahmen steht. Mittlerweile gehen auch die Rechte-Einschränkungen immer weiter, denn das greift so ein bisschen um sich, ihr habt es mitbekommen, Italien sperrt seine ganzen Leute ein. Ich weiß, einige von euch finden das ganz besonders geil, aber vielleicht ändert sich die Meinung im Laufe des Videos, weil wir nachher noch ein paar Sachen besprechen oder, was heißt besprechen, ich will in einigen Punkten mal zum Nachdenken anregen. Das heißt nicht, dass es so ist, wie ich das vermute, beziehungsweise wie es auf mich wirkt, aber eventuell, ja, könnt ihr die Vorbehalte, will ich es mal nennen, ja, verifizieren, beziehungsweise eventuell seht ihr das ja ganz ähnlich, aber wir kommen erst mal zu den Fakten, die ich heute für euch habe, denn das, was in der Presse steht, gut, das muss nicht unbedingt die Wahrheit sein, das ist klar, aber das sind zumindest handfeste Dinge, die sich belegen lassen, wenn man eben Quellen dafür hat, das heißt, da kann man drauf verweisen. Und nun ist es so, dass auch Spanien seine Bürger einsperren will, und zwar ab Montag. Die wollen eine landesweite Ausgangssperre verhängen. Das Ganze soll alles betreffen, beziehungsweise die wollen als erstes mal sämtliche öffentliche Orte schließen, das ist, glaube ich, jetzt schon im Umlauf, die nicht notwendig sind. Also alles, was irgendwie Restaurants sind, alles, was Bars sind, alles, was irgendwelche in Anführungszeichen Vergnügungsorte sind, die wollen sie dicht machen. Natürlich Corona-Prävention, klar, was auch sonst. Und weiterhin sollen die Leute sich ab Montag auch nur noch mit gutem Grundpott bewegen dürfen, beispielsweise, um zur Arbeit zu kommen oder wichtige Erledigungen zu machen oder so richtig, was nun ein guter Grund ist, das wissen sie, glaube ich, selber nicht. Das ist ja auch alles ein bisschen verwaschen. Aber auch diese nun drauf und dran, ihre Bürger einzusperren, ob nun gerechtfertigt oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden, beziehungsweise da reden wir nachher noch mal kurz drüber. Übrigens kommt die Juna gerade und möchte euch auch was sagen. Na du? Juna, du solltest um die Zeit in der Weltherrschaftszentrale sitzen und den Echsenmenschen beraten. Hast du das schon wieder vergessen? Na egal. Juna hat ihr Meeting mit Merkel heute verpeilt. Das ist aber ein bisschen ungünstig. Die ist immer zu faul, runter in die hohle Erde zu gehen. Na egal. Weg von Juna und irgendwelchen Scherzen. Wir haben noch ein paar ernste Sachen. Denn nicht nur Spanien leitet drastische Maßnahmen ein. Auch in Deutschland geht es heiß her. Und da gibt es was Neues aus Berlin. Während die Presse mal wieder darauf baut oder die Presse mal wieder so tut, als wäre ja alles ganz, 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 ganz schlimm. Und es macht ja kein Politiker was. Und überhaupt, die müssen sich doch alle viel mehr durchsetzen. Da hat die liebe Hatice, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, vom Tagesspiegel was formuliert. Denn sie hat eine Kolumne rausgehauen. Michael Müllers Planlosigkeit macht mir Angst. Ja, liebe Hatice. Die Dame meint, dass es doch nicht sein kann, dass Michael Müller noch immer nicht die gesamte Stadt abgeriegelt hat. Jetzt wirklich nicht überspitzt gesagt, sondern kurz zusammengefasst. Und, ja, er ist ja auch sonst schon immer so, so, er kriegt ja sowieso nichts auf die Kette und jetzt erst rechtlich, so nach dem Motto. Die schreien alle nach mehr Staat. In der Presse werden da mittlerweile ziemlich, wie ich finde, perfide Maßnahmen angewandt. Da haben wir gleich noch einen Bento-Artikel. Aber nun auch in der Berliner Zeitung wird danach gefordert, dass doch die Politik nicht so passiv sein soll. Die müssen doch mit klaren Worten kommen und auch, sie sollen ja keine Empfehlungen aussprechen, sondern Verbote. Das wollen die wirklich haben. Die Berliner Zeitung versucht euch weiszumachen, dass es ja sogar ganz geil ist, zu Hause eingesperrt zu sein, weil da hat man ja mal wieder Zeit für irgendwelche anderen Dinge. Ja, die haben tatsächlich einen Artikel rausgehauen, warum es doch eigentlich was Positives ist, so in Quarantäne zu sitzen, beziehungsweise sich halt in seine eigene, im blödesten Falle, eine Zimmerwohnung einsperren zu lassen. Denn da könnte man ja vielleicht ein Buch lesen oder ein Bild malen oder, was weiß ich, einen Stuhlkreis mit den Kakerlacken in der Küche bilden oder so. Und man kommt dann zu den Dingen, die man sonst das ganze Jahr über nicht schafft. Also Verzeihung, liebe Berliner Zeitung, ich schaffe die Dinge, auf die ich Bock habe in der Regel, auch wenn ich nicht zu Hause eingesperrt bin. Wenn man dazu, naja, Zwang benötigt, dann sollte man nochmal hinterfragen, ob man da wirklich so die Lust drauf hat. Aber okay. Fakt ist jedenfalls, die Presse stellt sich hin und versucht es euch schmackhaft zu machen, doch einfach zu Hause festzusitzen. Schön. Bento geht noch einen ganzen Schritt weiter. Denn im Bento erschien eine interessante, nennt man das Kolumne, zumindest ein interessanter Artikel von einem gewissen Tobias. Aufgeführt als Bento-Autor, hat aber bis auf diesen einen Artikel noch nie irgendwas veröffentlicht, hat kein Profilbild. Der Name findet sich zwar bei Google, allerdings als Fußballspieler und als Inhaber einer Kreativagentur. Bei Bento wird der, der Tobias allerdings als Student verkauft, der ein Auslandssemester in Spanien oder Italien, ist auch egal, in Italien gemacht haben will. So rum. Alcona, Altona, ich kriege den Ort nicht mehr zusammen. Er ist wohl im Februar dorthin gereist für sein Auslandssemester und er hat das ja alles gar nicht so ernst genommen mit der Viruskrise. Der dachte, ach naja, ist ja halb so schlimm und wir gehen doch trotzdem auf Hauspartys und wir ignorieren doch die öffentlichen Anweisungen. Und dann wurde er eines Besseren belehrt. Denn der arme kleine Tobias kehrt jetzt als geläuterter Überlebender zurück und sitzt angeblich in Deutschland in Quarantäne. Ja, das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Auf mich wirkt das so ein bisschen wie GZSZ gemixt mit irgendwelchen, kennt ihr dieses Coaching-Phänomen im Internet, wo sich einer hinstellt und meint, ich war Schulschwänzer, ich war obdachlos und jetzt bin ich Millionär und ihr könnt das auch. So war dieses ganze Machwerk formuliert. Ich will Bento nichts unterstellen, gehört halt zum Spiegel und wir hatten ja einen Relotio-Skandal, aber trotzdem, mal davon abgesehen, allerdings wirkt es auf mich sehr konstruiert. Das ist so dieses, dieses klassische, nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber auf dieser Argumentationsbasis. Von wegen, ich war genau wie ihr, ich hab's ja nicht ernst genommen, ich bin feiern gegangen, es war mir vollkommen egal und dann hab ich gesehen, wie schlimm alles ist. Und jetzt sitz ich zu Hause und bin tief traurig und kann euch alle nur warnen, dass ihr doch bitte nicht die gleichen Fehler macht. Also, Beeinflussung durch die Blume oder so, ich weiß nicht, wie man das anders nennen soll, kommt erstaunlich gut an. Ich frage mich allerdings schon, ob dieser liebe Tobias überhaupt existiert. Denn ganz ehrlich, das liest sich nach Seifenoper-Drehbuch, das hätte ich wahrscheinlich auch in zehn Minuten herunterschreiben können, weil da wirklich alle Klischees reingeschmissen werden, von wegen, naja, Bezug zum Leseraufbauen. Ich bin genau wie du und wir haben doch die gleichen Ansichten. Aber ich wurde, der liebe Gott ist herabgestiegen und hat mir die Wahrheit gezeigt. So war das Ganze rausgehauen. Und ich glaube, das wirkt nicht nur auf mich doch erstaunlich seltsam. Erst recht, wenn der Autor, wie gesagt, noch nie vorher aufgetreten ist und sich auch keine anderen virtuellen Spuren von ihm finden lassen, bis auf einen Fußballspieler und auf einen Kreativagenturinhaber. Also ich würde da mal in Anführungszeichen setzen, ob diese Person wirklich existiert. Denn gerade in der Presse macht man das ja auch ganz gerne mal so, wenn sich kein entsprechender Ansprechpartner finden lässt, kein wirklich guter Interviewpartner, der zu dem passt, was man gern vermelden will, dann erfindet man das halt im Zweifel. Das hat ja unser lieber Herr Relotius offensichtlich gemacht. Der hat wohl gefakte Interviews veröffentlicht, beziehungsweise der hat die Interviews, die er veröffentlicht hat, in Wahrheit wohl nie geführt. Ich habe das Buch hier liegen, Tausend Zeilen Lüge, das muss ich mir nochmal anschauen. nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Aber das scheint traurigerweise gang und gäbe zu sein, dass man sich die Sachen, die man nicht tatsächlich, naja, Realität, in der Realität verifizieren kann, dass man die eben einfach so raushaut. Und ein Großteil der Leser, der glaubt das. Also ohne Benthoffs unterstellen zu wollen, wie gesagt, lest euch den Artikel bitte durch, macht euch euer eigenes Bild und hinterfragt nochmal, ob das so sehr realistisch ist, was dort in dem Artikel geschildert wird. Abseits der Medien gibt es aber auch noch diverse Politiker-Statements, denn in Berlin will man dir die Regeln nochmal verschärfen. Ihr habt es ja schon mitbekommen, erst wollen sie alle Veranstaltungen mit über 1000 Leuten absagen, mittlerweile in einigen Bundesländern in Deutschland, nicht mehr nur in Berlin. Und Berlin will das jetzt noch härter, noch ein bisschen stärker eingrenzen, denn nachdem sie nun ab heute sämtliche Clubs und Bars und was weiß ich nicht alles geschlossen haben, es sind wohl 200 Schaften der Polizei, die das überwachen sollen und Zivilbeamte. Ich würde jetzt gern Mäuschen spielen und sehen, wie sie da in irgendwelche Shisha-Bars laufen und denen dort verklickern wollen, dass sie heute nicht verkaufen dürfen oder irgendwelche Wettbüros. Das könnte durchaus interessant sein, gerade in Neukölln. Also wenn ich einen Unsichtbarkeitsmantel von Harry Potter hätte, dann würde ich heute den ganzen Tag unterwegs sein oder die ganze Nacht unterwegs sein und schauen, was da so abgeht und wie unsere Lieben, naja, wie unser Liebes-Nachtclub-Klientel darauf reagiert. Denn die schaßen in der Regel sowieso auf die Polizei, wenn jetzt jemand kommt und denen erzählen will, dass sie ihren Puff doch bitte dicht machen müssen. Das könnte spannend werden. Mir tun nur die Polizisten leid, die dafür eingespannt werden. Die haben ohnehin, naja, in vielen Teilen der Stadt traurigerweise Scheißjob, sollte so nicht sein. Aber die müssen sich damit nun auch noch herumärgern. Könnte lustig sein. Aber zurück zum Thema, Berlin will noch härter gegen alles öffentliche Leben vorgehen. Denn sie wollen nun sämtliche Veranstaltungen, egal ob öffentlich oder privat, die mehr als 50 potenzielle Teilnehmer haben verbieten. Wer mit weniger als 50 Menschen zusammenkommen will, es wird natürlich davon abgeraten, das ist ja so gefährlich, ja nee, ist klar, der muss eine Anwesenheitsliste führen. Und das hat es ganz schön in sich, denn da ist überhaupt nicht klar, wie das Ganze denn rechtlich aussieht. Und ich habe da auch gerade den Fall, eine Freundin von mir will was organisieren, wenn man das überhaupt so nennen will. Wir wollen uns nächste Woche wohl zusammensetzen und was machen. Und sie ist eine Privatperson. Die ist keine öffentliche Organisatorin von irgendwas, aber wir rechnen, oder sie rechnet so mit, weiß nicht, 20, maximal 30 Leuten. Wird hoffentlich auch stattfinden, weil die Paranoia, naja gut, kann man jetzt mitspielen oder nicht. Allerdings steht sie nun vor der Aufgabe, dass sie wohl eine Anwesenheitsliste führen muss und diese auf Anfrage beziehungsweise auf Verlangen an irgendwelche dubiosen Ämter herausgeben soll. Wer genau da nun Zugriff drauf erhalten soll, das ist auch alles noch gar nicht so wirklich verifiziert. Es geht da so das Gesundheitsamt rum, wie da der Datenschutz aussieht. Naja, will ich jetzt gar nicht wissen. Wir hatten doch erst unser liebes Video aus Kassel von der Strategiekonferenz der Linken. Wie war das? Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen und da und da zuspielen. Also nach so einem Statement, was offensichtlich salonfähig ist, in einer im Bundestag vertretenen Partei, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, wer irgendwelche privaten Daten bekommt und wer nicht. Also jetzt auf irgendwelche Ämter bezogen. Aber egal. Und diese Listen sollen nun von allen, naja, bei grundsätzlich jeder Veranstaltung angelegt werden, müssen Vor- und Nachnamen enthalten, Telefonnummer, Anschrift, also mindestens. Am liebsten hätten sie wahrscheinlich noch die Schuhgröße und ja eure letzten Puff-Partnerinnen oder so raufgeschrieben. und das Ganze ist offensichtlich, wie auch immer das rechtlich nun gehandhabt werden soll, verpflichtend. So, das stellt jetzt, das wirft jetzt aber einige Fragen auf, denn seit wann hat irgendeine Privatperson irgendeine Art Auskunftsrecht, beziehungsweise seit wann hat man selbst als Privatperson irgendeine Auskunftspflicht gegenüber anderen Privatpersonen. Und jetzt muss natürlich geklärt werden, wie schaut es denn aus? Haftet denn die in Anführungszeichen Veranstalterin für eine in Anführungszeichen fehlerhafte Liste? Denn ganz ehrlich, ich würde aktuell meinen echten Namen beziehungsweise meine echten Kontaktdaten auf keine Listen setzen, die mutmaßlich irgendwelchen Schweinepriestern zugespielt werden könnten. Jetzt nicht auf meine Bekannten bezogen, denen vertraue ich absolut, na klar. Aber irgendwelche nicht näher definierten Beamte, irgendwelche nicht näher definierten öffentlichen Stellen, mit Vorsicht zu genießen. Aber auch daran sieht man, wie die Leute völlig, in Anführungszeichen, im Regen stehen gelassen werden. Da wird sich einfach hingestellt, von wegen ihr müsst jetzt genauso aufschlüsseln, wer da mit wem in Kontakt getreten ist, beziehungsweise wer wo wann anwesend war. Und ihr gebt uns das dann noch bitte. Und wenn ihr es nicht macht, dann wissen wir eigentlich gar nicht, wie wir es rechtlich durchsetzen wollen, aber dann drohen wir euch doch einfach mal, von wegen ihr seid verpflichtet. Ob es da nun wirklich ein Gesetz gibt, was etwaiges besagt, das kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Da sind sie gerade am Evaluieren, wie das nun ausschaut. Ob es da wirklich irgendeine Art, na ja, rechtlich verbindliche Verpflichtung gibt, die dann tatsächlich vielleicht sogar irgendeine Strafe für den Führer, der möglicherweise nicht ganz fehlerfreien Liste eintreten könnte. Also, dass er dann, dass die Person dann tatsächlich Ärger bekommt. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie weit das mittlerweile gekommen ist. Also, ich glaube, die Stasi vor 30 Jahren, die hätte sich alle zehn Finger geleckt nach so einem System. Aber die Leute selbst, ein Großteil der Leute, der bettelt danach, die finden das geil, die haben damit gar kein Problem. Das ist denen völlig Wurst, ob ja offensichtlich geschnüffelt werden soll, wer da mit wem wann Kontakt hat. Das kann alles sehr einfach missbraucht werden. Und klar, ich sage nicht, dass es missbraucht wird, aber die Option ist meiner Meinung nach durchaus real. Es ist eine durchaus realistische Gefahr. Gerade, weil man nicht weiß, was mit den Informationen passiert. Und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendein Beamten, irgendein Amt in Deutschland irgendwas angeht, mit wem ich persönlich oder auch jeder von euch Kontakt hat. Das, naja, das ist Privatsache. Und ja, jetzt kann man argumentieren, aber man ist ja bei Facebook befreundet und die können sich ja da einhacken, bla bla bla. Ja, da fehlt aber den meisten das technische Verständnis. Wenn man sich die Digitalisierung in Deutschland anschaut, Verzeihung, die kriegen nicht mal einen Drucker installiert in den meisten Ämtern. Wie zur Hölle sollen die sich in irgendwelche Facebook-Accounts einhacken? Es gibt ein paar Behörden, die kriegen das vielleicht hin. Da ist dann auch wieder die Sache, jeder illegale Eintritt hinterlässt irgendwo Spuren. Das heißt, wer da ein bisschen mehr Ahnung hat als der Beamte, der das gerade macht, der kriegt auch raus, dass da einer drin war. Da ist eine gewisse Gefahr vorhanden. Das heißt, es kann relativ leicht auffliegen. Zudem gibt es ja auch noch gewisse Datenschutzgesetze, die das sehr, sehr schwierig machen, in Anführungszeichen, da tatsächlich irgendwo einzudringen. Aber bei solchen ominösen Listen, die dann eben einfach mal einkassiert werden, weil Seuchenschutz, da sieht das ganz anders aus. Da lässt es sich nur ganz, ganz schwer nachvollziehen, wer da nun wo was abgegriffen hat. Da lässt es sich nur ganz, ganz schwer irgendwas an Beweisen sammeln. Wenn das irgendwo hin weitergeleitet wird, wo es nicht hingehört, dann ist es halt einfach weg. Dann weiß keiner, wer es gewesen war. Also das ist eine Sache, die sollte man auch im Hinterkopf behalten. Und ich warne absolut davor, zu leichtfertig mit solchen, in Anführungszeichen, Maßnahmen umzugehen. Das kann alles ganz harmlos sein. Die können es alle ganz, ganz gut meinen. Na klar. Die Frage ist, sollte man das glauben? Kann man das glauben? Und mir konnte bisher noch keiner überzeugend erklären, warum ich persönlich irgendjemandem aus der Regierung vertrauen sollte? Also das sind fremde Leute für mich. Warum muss ich davon ausgehen, dass die es gut mit der Bevölkerung meinen? Verzeihung, vertraut ihr jedem Fremden auf der Straße, der euch entgegenläuft? In der Regel nicht. Man kann jetzt wieder argumentieren, aber sie wurden ja gewählt. Trotzdem sind das Menschen mit eigenen Zielen. Also eine gewisse Skepsis ist da meiner Ansicht nach absolut angebracht. Man muss jetzt keinem was unterstellen, aber man sollte doch nicht so tun, als wären das die Heilsbringer, die nur euer Bestes wollen. Ja, in der Regel wollen sie euer Bestes, euer Geld. Aber gut, das sind alles so Sachen, die werden momentan nicht totgeschwiegen, aber das wird völlig übergangen in der Berichterstattung beziehungsweise auch in sämtlichen Diskussionen in sozialen Netzwerken. Man stellt sich immer nur hin, wird teilweise dafür schon attackiert von irgendwelchen, ich will es jetzt nicht Trollen nennen, ich nenne es mal Klopapier-Hamsterkäufern, weil das sind ja meistens die, die Klopapier ohne Ende horten, und wird dann dafür diffamiert, wenn man hinterfragt, naja, hey, stimmt das denn, was in der Zeitung steht? Dann wird man als Verschwörungstheoretiker verschrien, dann wird man attackiert, wie egoistisch man doch ist, dass man nicht sofort bei drei sich in sein Badezimmer verbarrikadiert, wenn die Regierung mit einem kleinen Finger winkt und all dieser Mist. Das ist anhand der Fallzahlen aktuell nur ganz, ganz schwer, wenn überhaupt nachweisbar ist, dass überhaupt eine in dem Umfang vorhandene Gefährdungslage existiert. Das ist auch nochmal eine Sache, wenn man das auch nur am Rande vorsichtig anspricht oder hinterfragt, auch dann ist man nervöser, und dann gehen die wirklich ab wie Schmitz Katz jetzt übertrieben gesagt. Und das sind dann wahrscheinlich die gleichen Leute, die sich heute, das Video kam glaube ich gestern, die sich gestern bei DM um Scheißhauspapier geprügelt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ein Pärchen, etwas ältere Leute, ich bin mir nicht sicher, ob die verheiratet waren oder nicht, mutmaßlich untere Bildungsschicht aufgrund der Wortwahl, die sind an einer Kasse im DM auf die Verkäufer fast schon losgegangen, weil die Verkäuferin bei DM ihnen untersagt hat, den ganzen Wagen und Klopapier rauszutragen. Die Verkäuferin meinte, naja, jeder kann eine Packung kaufen, aber die können nicht das ganze Zeug wegschleppen und im Zweifel kriegen sie gar nichts, im Zweifel werden sie rausgeworfen, weil Hausrecht, aber so geht es auf jeden Fall nicht. Und da sind die richtig wohlgehr und ausfällig geworden. Und das ist nicht der einzige Fall. Entsprechende Videos kriegt man mittlerweile auf fast allen Kanälen geschickt, teilweise auch von Bekannten, die es beobachtet haben. und die Leute, die drehen, vollkommen frei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Leute sind, die dann im Internet auf andere losgehen, weil sie bei der Panikwelle nicht mitschwimmen. Und jetzt habe ich mal ein kleines, ich nenne es mal Gedankenspiel für euch. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, das Ganze ist rein hypothetisch. Soll euch nur einen interessanten Aspekt verdeutlichen, der vielleicht auch in der Wahrnehmung vorhanden sein sollte. Ob das nun auf die Realität zutrifft oder nicht, ist jetzt völlig außen vor. Aber stellt euch mal vor, es handelt sich um, in einer fiktiven Parallelwelt, stellt euch mal vor, es geht um ein Phantom. Es gibt keinen tatsächlich triftigen Grund, warum die Leute abdrehen sollten. Es gibt nichts, was Panik in irgendeiner Art und Weise rechtfertigt. Aber man hat die exakt gleiche Berichterstattung, wie wir sie aktuell haben. Man redet von irgendeiner ominösen Zombie-Apokalypse, die kein Mensch so tatsächlich versteht. Keiner weiß, ob es mutiert. Keiner weiß, wie stark es sich ausbreitet. Und es muss ja sofort gestoppt werden, indem man den Leuten sämtlich ihre Rechte entzieht und sie zu Hause einsperrt. So, jetzt ratet mal, wie viele Medienkonsumenten und wie viele Leute jetzt aus in Anführungszeichen normalen Bevölkerungen, wie viele darauf anspringen würden. Meiner Ansicht nach genau die gleichen, die es jetzt auch tun. Da würde mit Sicherheit keiner, es würden schon einige hinterfragen, aber die Masse würde wahrscheinlich nicht hinterfragen. Die Masse würde genau das tun, was wir aktuell sehen. Die würden Hamsterkäufe machen, die würden aufbiegen und brechen, da irgendwie mit geifernden Mäulern auf andere losgehen, die irgendwie anmerken, na hey Freunde, habt ihr irgendeine Bestätigung für das, was in der Zeitung steht? Die würden wahrscheinlich genau das gleiche Programm abspielen. Und das zeigt sich ganz, ganz einfach an einem sehr realen Beispiel, um jetzt wieder in die Realität zu kommen. Wir sehen momentan, dass Klopapier gehamstert wird. Wir wissen aber ganz genau, dass kein Mensch so viel Scheiß aus Papier braucht. Wir reden hier von einer Grippeerkrankung, nicht von einer Durchfallerkrankung. Das heißt, die werden jetzt nicht ein halbes Jahr die Scheißerei haben. Die hamstern das Klopapier trotzdem. In Mengen, die ein normaler Mensch wahrscheinlich im Jahr nicht verbraucht. Also ich habe da Videos gesehen, wo sie den kompletten Smart vollhauen mit Klopapier. Kann man sich jetzt die Frage stellen, was wollen sie damit? Wir wollen uns jetzt aber nicht drüber lustig machen. Wir wollen das Verhaltensphänomen an sich mal kurz beleuchten. Denn wie hat denn das Ganze angefangen? Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt da kiloweise Klopapier wegtragen, die wissen selber nicht, warum sie es machen. Die machen das, weil andere Leute angefangen haben. Die sehen, da ist eine künstliche Verknappung da. Die Leute tragen das Klopapier weg. Scheiße, wenn ich jetzt nicht hamstere, kriege ich nichts mehr ab. Also rennen die Leute los und hamstern das Klopapier weg, tragen es selber raus. Und das entwickelt dann eine gewisse Art der Eigendynamik. Das heißt, das Klopapier ist nicht ausverkauft wegen Corona. Das Klopapier ist ausverkauft wegen den Leuten, die es raustragen, weil sie meinen, da ist eine Notwendigkeit für. Und die Notwendigkeit entsteht ganz, ja, nicht natürlich, sondern künstlich aufgrund dieses Herdentriebes. Und das Gleiche im großen Stil lässt sich auf das mediale Verhalten beziehen. Projizieren, das habe ich gesucht. Denn das, was wir an der Klopapierfront sehen, das ist genau das, was wir in den Medien erleben. Eine Zeitung schreibt irgendwas, da ist dann da ein Verdachtsfall und da ein ominöser Betroffener, den kein Mensch kennt. Und zehn andere schreiben es mutmaßlich ab, ohne es eventuell zu verifizieren. Dann kennt ihr ja vielleicht das Spiel Stille Post, das habt ihr mit Sicherheit im Kindergarten gespielt. Und da kam immer was ganz Witziges bei raus. Wenn man so mit 20 Kindern Stille Post gespielt hat, hat der erste, was weiß ich, Blaubeerkuchen gesagt und am Ende kam Betttuch oder so raus. Liegt daran, dass die Übertragungskanäle gerade bei Menschen nicht unbedingt die sichersten sind. Das heißt, da kommen Informationen dazu, da werden Informationen weggenommen, da verändern sich Informationen. Das wisst ihr vielleicht auch, wenn zehn Leute von einer Veranstaltung berichten, von der gleichen Veranstaltung berichten, dann kommen da zehn verschiedene Berichte bei raus. Deswegen bringt es auch nichts immer nur ein, Zeugen zu befragen. Man sucht sich so viele wie möglich, weil jeder doch irgendwie was anderes erzählt, weil die Wahrnehmung anders ist. Und das Gleiche erleben wir meiner Meinung nach in der Presse gerade auch. Da werden Artikel rausgehauen, die einen überdramatisiert, die anderen das genaue Gegenteil. Und was nun wirklich passiert, das weiß am Ende überhaupt keiner mehr. Und ich habe vorhin, wie ich finde, eine interessante Umfrage mal gestartet. Na klar, das ist keinesfalls irgendwie repräsentativ, aber auch das hat ein erstaunliches Ergebnis innerhalb von nicht mal zwei Stunden geliefert. Denn ich habe sowohl bei Facebook als auch hier bei YouTube mal gefragt, wie es denn ausschaut. Wer von euch kennt denn überhaupt einen tatsächlich nachweislich Corona-Betroffenen? Wir haben laut offizieller Aussage gerade 4.000 Fälle in Deutschland, ungefähr 4.000 Fälle. Und ja gut, hier auf meinem Kanal sind wir mittlerweile 26.700 Abonnenten. Bei Facebook habe ich 5.000 Freunde und dann noch ein paar Abonnenten dazu. Das heißt, das sind relativ viele, aber im Vergleich zur deutschen Bevölkerung mit 85 Millionen verschwindend wenige. Also meine Gesamtreichweite auf allen Kanälen ist um die 80.000, 90.000 mit Instagram zusammen, aber das sind ja auch oft die gleichen Leute. Also Realreichweite würde ich meinen maximal 30.000 bis 40.000 verschiedene Leute, die alles irgendwie mal mitbekommen haben beziehungsweise regelmäßig mal da und da reinschauen. So, nun habe ich vorhin 422 Abstimmungen hier bei YouTube gehabt. Jetzt stand vor einer halben Stunde, bevor ich angefangen habe zu streamen und von den 422 Leuten, mittlerweile dürften es mehr sein, wollen angeblich 10% mindestens einen Betroffenen persönlich kennen. So, das heißt, 40 Leute, jetzt mittlerweile wahrscheinlich mehr, wollen einen Corona-Betroffenen in ihrem Bekanntenkreis haben. Jetzt frage ich mich, wie das gehen soll. Wir haben 4.000 Fälle in Deutschland und 40 davon finden sich, also 40 Bekannte von denen finden sich in meiner Abonnentenliste. Hm, das passt, wie ich finde, nicht zusammen beziehungsweise klar, das ist, die Möglichkeit besteht, aber es ist doch höchst unwahrscheinlich. Also bei meinem kleinen Kanal, ja klar, es gibt diese Statistiken, jeder kennt so und so viele andere Leute, aber ich habe ganz explizit gefragt, wer persönlich was weiß. Nicht, wessen eine Großtante dritten Gratis im Dorf gehört hat, dass im Nachbarhaus jemand in seinem Wohnzimmer eingesperrt ist, sondern wirklich betroffene Fälle, die verifiziert werden können, weil die Leute eben persönlichen Kontakt zu den Leuten haben oder weil sie eben verwandt waren oder so. Und wenn da dann schon alleine 40 angeblich Betroffene, teilweise sogar mehr, weil manche ja zwei oder drei Leute gekannt haben wollen, alleine in meiner Freundesliste oder in meiner Abonnentenliste sind, dann merkt ihr selber, das ist gelinde gesagt höchst unwahrscheinlich. Es gibt allerdings noch die andere Seite, denn was ich bei Facebook immer wieder mitbekommen habe, war, dass tatsächlich keiner irgendjemanden persönlich kennt. Klar, es kommt der eine, der meint, die Kollegin ist aber betroffen und da die Nachbarinnen eventuell, aber so wirklich aus dem engeren Bekanntenkreis kenne ich persönlich niemanden, kennen die meisten anderen Leute niemanden und das ist auch genau das, was ich in sämtlichen anderen Umfragen mitbekommen habe. Ihr kennt vielleicht diesen YouTube-Kanal Y-Kollektiv, dieses ominöse Ding da, die da oft sehr linksgrün eingefärbt sind beziehungsweise teilweise auch ziemlich, naja, grenzwertige Inhalte mit öffentlichen Mitteln finanzieren, GEZ und so, wo sie beispielsweise ja mittels Extremisten auf Straftatstreif zu gehen und irgendwelche Steinbrüche stürmen, nicht Steinbrüche, Kohle, oh Gott, Tagebaus, Tagebaus, Tagebäuer, ihr versteht, was ich meine, stürmen wollen oder irgendwelche besetzten Häuser besuchen, wo dann im Zweifel Polizisten attackiert werden, aber auf jeden Fall haben auch die nach Betroffenen gefragt auf ihrem Y-Kollektiv-Kanal, die haben, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend Abonnenten, glaube ich und auch da war das gleiche Bild in deren Kommentarspalte, das war ja nun schon gestern Abend. Ich habe vorhin erst gefragt, ich bin gespannt, wie das in den nächsten zwei, drei Wochen weitergeht, ihr dürft gerne weiter mit abstimmen, ihr könnt die Abstimmung gerne teilen, bei Facebook geht das, denn ich hätte schon ganz gern ein, nicht ein Meinungsbild, aber ich hätte ganz gern verlässliche Informationen. Sicher, jeder kann lügen, man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, allerdings hat sich nun beim Y-Kollektiv abgezeichnet, dass die, wie es ausschaut, große Probleme haben, jemanden zu finden. Ganz, ganz viele Leute haben gemeint von wegen, ja, da sitzt ja jemand in Quarantäne und da ist ein Verdachtsfall, aber einen wirklich Betroffenen, die findet man erstaunlicherweise ausschließlich in der Zeitung. Da dann mit meist sehr dramaturgischen Berichten von wegen, wie schlimm die Zustände da und da sind, dass aber da tatsächlich irgendwas nachweislich verifiziert ist, was jetzt nicht aus der Zeitung kommt, das habe ich so noch nicht mitbekommen und da frage ich mich, warum ist das so? Was ich immer wieder lese, sind irgendwelche angeblich im Medizinbereich arbeitenden Leute in irgendwelchen Social-Media-Diskussionen, die meinen, ja, wir blasen alle aus dem letzten Loch. Das stimmt, das tun sie, das tun sie aber schon immer. Da ist dann auch die Frage, wie verlässlich ist es, wenn sich da einer hinstellt und mit, ja, vor Wut, geifernd loswettert, wie man das denn hinterfragen kann, weil er ist ja in der Quelle. Was die Quelle sein soll, das sagen sie nie. Das sind dann immer so ominöse Aussagen von wegen, ja, wir werden ja alle sehen, nächste Woche wird es richtig schlimm und er hat verlässliche Informationen aus der Bundesregierung. Ja, das mag so sein oder auch nicht. Wenn man sich die Accounts dazu anschaut, dann wirkt das auf mich meistens auch eher unrealistisch. Aber worauf ich eigentlich hinaus will mit dem ganzen Herumgerede gerade, mir geht es darum, was kann man denn tatsächlich glauben, was ist Realität und was hat sich verselbstständigt in den Medien? Was ist Relotius-Phänomen und was passiert wirklich da draußen? Und gerade irgendwelche Interviewpartner, gerade irgendwelche oder Experten, die sie gerade aus dem Boden schießen, die müssen nicht unbedingt real sein. Und gerade zum Thema Experten wollte ich auch noch was sagen, denn ist euch mal aufgefallen, dass wir momentan drei Namen haben, die durch jede Talkshow gezerrt werden, beziehungsweise zwei, den dritten habe ich vergessen, zwei hochkarätige Virologen, kann jetzt so sein oder auch nicht, die werden momentan überall durchgereicht. Die beraten die Bundesregierung, die warnen, der eine macht das sachlicher, der andere ein bisschen weniger sachlicher, aber die gelten als die unangefochtenen Experten in Deutschland. So, nun haben wir aber mehrere hunderttausend entsprechend qualifizierte Menschen in dem Land, die im Medizinbereich arbeiten, die lange Jahre studiert haben, die, was weiß ich, Oberärzte, Forscher, was weiß ich, nicht alles sind, die aber komischerweise nicht unbedingt gehört werden. Und ich frage mich so ein bisschen, warum sind das immer die gleichen Namen, die als Experten verkauft werden? Ich will nicht beurteilen, ob sie es sind, aber es wundert mich zumindest. Und gerade in so einem Bereich, wo es wirklich hunderttausende ähnlich qualifizierte geben müsste, warum ist es da so, dass immer nur die gleichen gehört werden? Ich kenne dieses Medienvorgehen so ein bisschen, das ist ja beim Thema Waffenrecht auch so, man hat halt nur eine Handvoll Gesprächspartner, die bereit dazu sind und die auch das entsprechende Wissen haben. Das sind in der Regel die von der GAA, die Katja und der Oliver zum Beispiel. Da ist es echt schwer, jemanden zu finden, der sich da öffentlich zu äußern will, einfach weil es ein gewisses Risiko ist, weil da natürlich auch Existenzen dran hängen und ihr wisst ja, Thema Waffenrecht, da wird man ganz gerne mal diffamiert. Aber bei so einem Thema, wo nun wirklich Experten ohne Ende da sein müssten, wie viele Krankenhäuser haben wir in Deutschland? Mehrere Zehntausende. Wie viele Ärzte haben wir? Mehrere Hunderttausende. Da sollte es doch nicht so schwer sein, mal andere Stimmen zu finden, die da vielleicht auch was Fachkundiges zu sagen können. Versteht ihr, was ich meine? Und ich weiß, mein Vergleich, der hinkt jetzt so ein bisschen von wegen Waffenrecht und Gesundheitssystem, aber das ist eben das, was ich persönlich mitbekommen habe. Als es damals darum ging, wie schützt man sich abends, wenn man heimläuft, sind sie alle zu mir gekommen. Lag daran, weil es keinen gab, der darüber reden wollte. Die haben ganz, ganz viele angeschrieben, gefragt, die haben auch mich gefragt, ob ich noch andere Leute kenne, die dazu was sagen würden. Gab aber meistens Absagen, weil viele Leute einfach Angst hatten, wie, naja, haben sie da irgendwelche Nachteile von? In der aktuellen Corona-Situation allerdings, da ist es doch eigentlich fast schon ein, ja, ein Ritterschlag, wenn da entsprechend qualifizierte Leute ein qualifiziertes Statement abgeben können. Und davon sollte es genügend geben. Also hier jetzt die Frage an alle, warum zur Hölle sehen wir immer nur die gleichen? Vielleicht greift das ja mal irgendein Medienvertreter auf und wie gesagt, ich möchte keinen der beiden momentan ganz groß gehypten Virologen irgendwie schlechtreden oder so, die sind sicher durchaus, die haben durchaus ihre Berechtigung, aber es hat einen gewissen Nachgeschmack, wenn sich immer die gleichen hinstellen und meinen, aber wir müssen das abregeln, wir müssen das abregeln und das und das, das hilft ja alles. Dass das Ganze generell ziemlich hypothetisch ist von wegen, aber wenn wir es nicht machen, dann haben wir dann und dann so und so viele hunderttausend betroffen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, denn ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe das ja schon ein paar Mal angesprochen, Anfang Februar, als es angefangen hat in Wuhan, da gab es die ersten Hochrechnungen, von wegen am 14. Februar haben wir 500.000 Betroffene, das ist nicht eingetreten. Gut, kann man jetzt sagen, ja, aber die haben ihre Stadt abgeriegelt, das hat ja alles geholfen, mir stellt sich aber die Frage, lag das wirklich daran? Wäre das vielleicht auch schlichtweg so eingetreten, wenn sie die Stadt nicht abgeriegelt hätten, hätte sich das in Anführungszeichen natürlich die Waage gehalten, war das vielleicht einfach nur eine absurde Panikmachung, um den Leuten ein bisschen Angst einzureden? Also ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Und das Gleiche könnte man natürlich jetzt auch auf die aktuelle Situation projizieren, denn ist überhaupt irgendwas dran, an denen Hochrechnungen wie viele Millionen Betroffene es geben soll? Momentan redet man ja davon, dass 60 bis 80 Prozent aller Deutschen infiziert werden. Das halte ich ehrlich gesagt für ziemlich hochgegriffen, wenn man sich den tatsächlich zahlenmäßigen Verlauf anschaut. Also ich weiß, viele von euch sind auch verängstigt, das mag auch daran liegen, dass viele von euch zur Risikogruppe gehören, kann ich nachvollziehen, gerade bei älteren Leuten. Allerdings sollte man sich auch ins Gedächtnis rufen, was dieses Corona-Ding für Auswirkungen hat. Das ist eine Lungenentzündung, das führt zu einer Lungenentzündung. Das ist scheiße, das ist verdammt gefährlich für ältere Leute, ja. Das ist aber mitnicht eine einzige Lungenentzündungserreger. Also generell, natürlich sollten gerade Risikogruppen da eine gewisse Vorsicht walten lassen. Jetzt nicht ohne Ende Desinfektionsmittel horten, aber vielleicht schon schauen, dass sie sich, wie Frau Merkel gesagt hat, regelmäßig die Hände waschen und vielleicht auch ein bisschen präventiv schauen, dass sie sich vernünftig ernähren und sowas und eben, naja, versiffte Regionen meiden, Berliner U-Bahn zum Beispiel. Also das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, das zu tun. Trotzdem sollten alle anderen auch bedenken, naja, hey, wie gesagt, ein Erreger von sehr vielen, Lungenentzündung ist scheiße, ja, für die meisten jungen Leute aber in der Regel relativ risikofrei zu überstehen oder relativ klimpflich zu überstehen, wenn es überhaupt so weit kommt. Denn die Todesopfer in Deutschland, die waren momentan 89 Jahre alt, ich glaube 78 Jahre alt, der jüngste 65 Jahre alt und hatten alle schwere Vorerkrankungen. Das ist nicht schön, dass die Leute gestorben sind, das ist mit Sicherheit eine traurige Sache. Da stellt sich aber auch wieder die Frage, was wäre denn gewesen, wenn diese jetzt an angeblich Corona-verstorbenen Leute einfach eine Grippe bekommen hätten? Eine ganz normale Erkältung kann bei älteren Menschen, bei vorerkrankten Menschen eine Lungenentzündung auslösen, so, das wäre genau das gleiche wie im Endergebnis, das gleiche wie das Corona-Zeug. Aber wegen einer Grippe als Ursache für eine Lungenentzündung, da macht in der Regel keiner so eine Panik. Da gibt es keine Forderung, die Leute doch bitte allein zu sperren, da gibt es keine Forderung, die Grenzen zu schließen, weil sie jetzt plötzlich ja doch so richtig machen wollen, sie es nicht, aber zumindest würden sie es wahrscheinlich irgendwann machen müssen, weil lange lässt sich diese Doppelmoral nicht aufrechterhalten. Aber ihr merkt, da ist eine völlig unterschiedliche Bewertung da von beiden Sachen. Und das passt ebenfalls nicht unbedingt zusammen. Aber weg vom Weltuntergang, jetzt wieder ganz banal gesagt, wir haben noch ein anderes Thema. Der zweite Titel im Videotitel, ja, im Vlognamen, der ist durchaus ernst gemeint, denn ratet mal, was an der griechisch-türkischen Grenze gerade abgeht, habe ich auch gestern in der Zeitung gelesen und da dachte ich, heilige Scheiße, sind die denn alle bekloppt? Denn man kämpft gegen Windmühlen. Ich habe mir die Schlagzeile rausgeschrieben, das ist lustig, weil es einfach bescheuert ist. T-Online hat vermeldet, mit Ventilatoren gegen Flüchtlinge. Angeblich kämpfen die bösen Griechen, ihr wisst ja, die, die ihre Grenze widerrechtlich schützen, weil sie nicht wollen, dass da 100.000 fremde Leute einmarschieren. Angeblich kämpfen die jetzt mit Ventilatoren gegen Flüchtlinge. So, ich habe mir jetzt versucht vorzustellen, wie das aussehen soll. Stehen sie dann da mit ihrem Föhn und wollen sie alle wegpusten oder wie? Ist das dann wie bei Star Wars oder ist halt, da wird die Luftschleuse geöffnet und dann fliegen sie alle raus? Natürlich ist es so nicht. Es gehen dramaturgische Bilder von riesigen Ventilatoren durch die Presse und es fällt mir gerade echt schwer, dabei ernst zu bleiben. Ich sehe auch schon, dass einige da jetzt gerade ziemlich drüber lachen. Die tatsächlich aufgestellt wurden von den Griechen, die auch in Richtung Türkei gedreht werden und die auch verwendet werden. So, aber nicht, um da die Flüchtlinge wegzupusten. Das ist völliger Bullshit. Also ich glaube, das ist jedem klar, dass man da doch ziemlich krasse Windstärken bräuchte, um da jemanden am Grenzübertritt mittels Ventilator zu hindern. Da geht es eher darum, dass die Ventilatoren eingesetzt werden, weil von türkischer Seite mit Tränengas geschossen wird auf die griechischen Beamten. Die wollen den Mist abwehren. Logisch, die müssen ihren Job da irgendwie nachkommen. Die müssen ihre Grenzen sichern. Das ist ihre Aufgabe als Grenzschutz. Dafür gibt es sie. Und die müssen dadurch natürlich auch sicherstellen, dass sie dem nachkommen können. Das heißt, die müssen entsprechende Reizmittel abwehren können, von sich selbst wegfernhalten können. Das funktioniert bei entsprechenden Tränengas-Geschichten oder anderen Reizstoffen ganz gut mittels Luft. Na klar. Und dazu dienen die Ventilatoren. Die sind nicht dafür da, um irgendwie die Flüchtlinge zurückzupusten. Nein, da geht es darum, dafür zu sorgen, dass die griechischen Beamten geschützt sind. Aber interessant ist, wie sich das in der Presse verselbstständigt hat, oder? Und man kann da wirklich davon reden, dass gegen Windmühlen gekämpft wird. Also so stellt unsere Presse das dar. Die armen Flüchtlinge kämpfen gegen riesige Ventilatoren. Ja, genau. Und das war mitnichten nur T-Online. Das habe ich auch bei Airpeer Online gelesen. Ich habe ja nun gelernt, das ist die Rheinische Post. Ich habe das immer als Rheinland-Pfalz online bezeichnet. Ich kann mir das nie merken. Aber daran sieht man auch, wie dumm viele sind. Also wer zur Hölle glaubt denn wirklich? Ich weiß, viele Leute glauben es traurigerweise tatsächlich. Aber wer zur Hölle hält es denn für realistisch, dass die griechische Grenze mittels Ventilatoren gesichert wird? Also bitte, wie soll denn das funktionieren? Und wir hatten nun erst vor zwei, drei Wochen diesen großen Sturm. Hieß der Sabine oder so? Da bin ich ausgeritten. Ich saß auf meinem Pferd, bin da gerade einen Weg runter galoppiert gegen den Wind. Es war scheiße laut. Es war extrem stark. Wir sind aber auch vorwärts gekommen. So, ich frage mich jetzt, wie ein Ventilator diese Windstärke nacherzeugen soll. Also einige Bäume standen wirklich so. Es war eine ziemlich dobe Idee, da auszureiten. Aber Pferd brauchte Bewegung. Aber wir sind nicht weggeflogen. Wir haben einen Rückenantrieb gehabt, als wir in die andere Richtung galoppiert sind. Das war sehr cool. Als wir dagegen galoppiert sind, sind wir kaum vom Fleck gekommen. Aber wir sind verdammt nochmal nicht weggeflogen. Und das war nun ein natürlicher Wind. Ich weiß nicht, was für Böden das waren. Die waren extrem stark. Wenn man nun aber Ventilatoren aufstellt, dann sind die von Natur auch schon mal in der Regel schwächer. Außerdem wirken die natürlich auch nicht sonderlich großflächig. Die haben eine gewisse Reichweite oder wen stark ist und dann flaut das Ganze ab. Also als in Anführungszeichen Waffe nicht unbedingt geeignet. Trotzdem verkauft die Presse das so, als wären das die martialischsten oder bestialischsten? Martialischsten? Ihr versteht schon, wie ich es meine. Waffen, die es gibt auf griechischer Seite und dass die Griechen nun die Bösen, fast schon Nazis sind, die ja so unmenschlich gegen die armen Hilfsbedürftigen vorgehen. Gut, davon, dass die Griechen mit Tränengas beschossen wurden, habe ich in den Artikeln nichts gelesen, aber okay. Traurigerweise gibt es, wie gesagt, die genügend Leute, die den Mist glauben. Wie das sein kann, ich weiß es nicht, wobei, wenn ich sehe, dass sich die Leute um Klopapier prügeln, dann wundert mich nichts mehr. Aber es funktioniert. Die Leute lassen sich seit Jahrtausenden verarschen. Und das ist eigentlich das Traurige an der ganzen Sache. Also, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch einiges in die Richtung gehende beobachten. Wir haben auch noch eine andere Meldung, die, eigentlich sind wir viel zu lange am Reden, aber das will ich noch kurz mit euch besprechen. Denn die Tagesschau hat noch was rausgehauen. Die Tagesschau beklagt nämlich Fake News. Ja, der Faktenerfinder war es diesmal nicht. Oh Gott, erinnert ihr euch noch daran, der Faktenfinder, der selber Fake News vermeldet und dann bockig ist, wenn man ihn darauf hinweist? Naja, egal, ARD, Faktenfinder. Aber nun ging es darum, dass es angeblich vom Gesundheitsministerium, muss das gewesen sein, die Aussage gegeben haben soll von Mitarbeitern, von Insidern, dass ja demnächst von der Regierung weitere Maßnahmen geplant werden, um das öffentliche Leben zu blockieren, um das öffentliche Leben einzuschränken. Man berichtete von Lockdowns. Das Ganze hat sich in den sozialen Medien rasend schnell verbreitet. Das hat es tatsächlich, ja, die Meldung habe ich auch gelesen. Und das ist ja alles nur gefaked. Das sind ja alles Fake News. Das stimmt ja so gar nicht, sagt die Tagesschau. So, interessant ist jetzt, dass mich das so ein bisschen erinnert an, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wie war das? Drei Tage später stand die Mauer. Und meiner Ansicht nach sollte man eben jene Ministerien und auch Pressevertreter an ihren Taten messen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass exakt diese Methoden, also das Einschränken des öffentlichen Lebens, das noch weiter bevormunden der Bürger, dass das innerhalb der nächsten Tage um sich greifen wird, mit der Begründung, aber naja, damals hatten wir da, das wollten wir ja gar nicht, da war ja die Lage war eine vollkommen andere und jetzt ist es unumgänglich. Nein, wir haben nicht gelogen. ARD hat recht, wir hatten das ja nie geplant, aber ihr müsst doch bitte, bitte verstehen, dass wir jetzt, naja, jetzt geht es ja nicht mehr anders. Ja, und das wird wahrscheinlich von der Bevölkerung nickend angenommen, das wird billigend in Kauf genommen, da freut man sich drüber, da klatscht man Applaus. Und dann ist es auch völlig vergessen, dass man sich ein paar Tage vorher noch über Fake News echauffiert hat. Genau so wird es wahrscheinlich eintreten, da schwöre ich auf meine Schneekugel, meinen Kristallkugelersatz, aber auch das sind so Sachen, beobachtet es bitte. Und verbreitet solche Sachen bitte auch weiter. Ich habe den Screenshot gesichert, zeigt es gern Freunden und Verwandten, beziehungsweise zeigt es Freunden und Verwandten dann, wenn dagegen, in Anführungszeichen, verstoßen wird, wenn es dann plötzlich doch heißt, wir müssen euch alle einsperren, wenn es dann plötzlich doch heißt, naja, die Situation erfordert ist. Dann erinnert eure Freunde, Verwandten, was weiß ich, was ihr alles habt, doch bitte daran, dass es ursprünglich hieß, das wären Fake News. Denn es kann nicht sein, dass die immer wieder mit der Scheiße durchkommen. Man versucht das dann irgendwie, sich rauszuwinden wie ein Aal, das kennt man ja. Trotzdem muss doch die Bevölkerung langsam mitbekommen, was da für ein Mist abläuft. Naja, das war es für heute tatsächlich. Wir sind bei 42 Minuten angekommen, das ist viel zu lang. Ich weiß, es tut mir leid, dass ich euch wach gehalten habe, aber ich habe noch eine Juna für euch. Schaut mal. Juna liegt wieder in der Höhle. Geht's gut? Mietzel? Du hast heute null Bock, oder? Ja, schaut mal. Ja. Ihr seht, Juna hat nicht wirklich Interesse daran, mit euch zu reden. Ich habe mir übrigens überlegt, dass es vielleicht ganz spannend sein könnte, wenn wir in den nächsten Tagen mal wieder einen Spaziergang machen und uns öffentliche Plätze in der Stadt anschauen. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, angeblich ist Berlin ja ausgestorben. Angeblich sind ja keine Menschen mehr auf der Straße. Angeblich ist ja alles totenstill. Faszinierenderweise ist es zumindest hier in meiner Region nicht so. Ich bin ja nun auch jeden Tag unterwegs zum Pferd, da ist alles so wie immer. Und mich interessiert nun, wie sieht es denn in der Stadt aus? Stimmen dir die verwaisten Lost Place Bilder in den Zeitungen? Ist da überhaupt irgendwas dran? Oder haben wir da auch wieder einen, in Anführungszeichen, Phantom? Deswegen werden wir mal schauen. Wir werden uns da nach dem Wetter richten, aber wahrscheinlich innerhalb der nächsten Woche, je nachdem, wie ich es mit Pferd schaffe. Und dann machen wir mal einen kleinen Streifzug durch die Stadt. Wir schauen, wie es tatsächlich aussieht und wir vergleichen das mit der aktuellen Berichterstattung. So, schlaft alle gut. Wir sehen uns dann morgen wieder und lasst euch bitte nicht verarschen. Nach Möglichkeit verifiziert alles, was euch irgendjemand sagt, selber. Ich weiß, das ist unglaublich schwer, aber nehmt nicht irgendeine Scheiße hin, die euch irgendjemand sagt. Auch die Sachen, die ich euch erzähle, das nehme ich auch aus der Presse. Das heißt, es gibt auch da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das kann auch Blödsinn sein, natürlich. Deswegen hinterfragt bitte auch das, macht euch eure eigenen Gedanken und dann vergleicht mit euren Erfahrungen, mit der Realität und mit der Berichterstattung. So, gute Nacht.